Der Mondohub kann 28 USB-Geräte gleichzeitig versorgen, 4 davon sogar per USB 3, den Rest nur via USB 2. Unbenutzte Geräte lassen sich per Schalter abklemmen. Das ist praktisch, denn sonst gehen Windows schnell die Laufwerksbuchstaben aus. Alternativ dazu kann man die Sticks aber auch manuell einbinden. Wer jetzt vom USB-Stickrate träumt, sollte bedenken, dass die Daten zu allen Sticks erst einmal über eine Strippe zum Hub müssen. Und die wird selbst mit USB 3 schnell zum Nadelöhr.